Hallo, liebe Deutschlernende! Ich bin gerade sehr glücklich, weil ich heute gleich zwei E-Mails bekommen habe von Deutschlern, die mir sagen, wie toll sie das finden, was ich mache. Und in der einen E-Mail hat jemand geschrieben, dass er die Liste mit Präpositionen sehr mag. Im Workshop über Präpositionen gibt es eine lange Liste von Präpositionen. Jetzt sind schon fast 300 Einträge in dieser Liste. In jedem Eintrag geht es um eine Präposition mit einem Beispiel, wie sie benutzt wird, welcher Fall gebraucht wird und so weiter. Es ist eine lange Liste mit allen relevanten Präpositionen. Und meine Frage an dich ist jetzt, warum bist du noch nicht im Workshop? Warum bist du noch nicht dabei? Wir haben schon ein bisschen angefangen. Wir diskutieren schon ein bisschen über die Präpositionen. Ich schreibe jeden Tag einen Tipp und wir fangen gleich mit dem Live-Workshop an. Es gibt bald einen Live-Workshop. Meine Frage ist, hey, worauf wartest du? Komm, mach mit und wenn du nicht mitmachen möchtest, wenn du denkst, dass du nicht mitmachen möchtest, dann schreibe mir in die Kommentare, warum du noch zögerst. Und ich möchte dir gerne alle deine Fragen beantworten und ich möchte gerne klarer sagen, worum es geht. Wenn dir noch etwas noch nicht klar ist, dann möchte ich gerne Klarheit schaffen. Okay? Also, wir sehen uns später. Wir sehen uns hoffentlich beim Workshop und wenn nicht, dann ist auch okay. Aber mich würde interessieren, warum? Okay? Bis dann! Tschüss!